Edward Elmer Smith Wächter des Mahlstroms Siebter Roman des Lenzman-Zyklus Titel der amerikanischen Originalausgabe The Vortex Blaster Deutsche Übersetzung von Thomas Schlück Gelesen von Barry Fox 1 Sicherheitsvorrichtungen, die keinen Schutz bieten Unsinkbare Schiffe, die vor der Zeit des Bergenholm-Antriebs und der atomaren und kosmischen Energie den Meeren der Erde zum Opfer fielen. Genauer gesagt, Sicherheitsvorrichtungen, die Schutz bieten vor einer Gefahr, die aber magnetisch eine andere und schlimmere Gefahr anziehen. Beispielweise ein isoliertes Kabel in der Wand eines Holzhauses. Es schützt die elektrische Leitung im Inneren vor zufälligen Kurzschlüssen von außen. Unzureichend geerdet kann es jedoch die überwältigende Kraft eines Blitzes anziehen. Und mehr als einmal ist so ein Unglück geschehen. Im Nu entsteht eine flammende Glut in den Wänden und Decken und die Existenz des Hauses lässt sich nur noch in Minuten messen. Und ganz speziell vier Blitzableiter, die das aus Chrom-, Glas- und Plastik bestehende Haus Neil Clouds beschützten. Diese Ableitungen waren mit Kupfer-Silberkabeln von der Dicke eines Zeigefingers ausreichend geerdet. Immerhin kannte sich Neil Cloud, Doktor der Kernphysik, mit Blitzen aus und ging hinsichtlich der Sicherheit seiner Frau und Kinder kein Risiko ein. Allerdings wusste er nicht, dass bei einem bestimmten Wert atmosphärischer Spannung und bodenmagnetischer Beanspruchung sein perfekt entworfenes und einwandfrei isoliertes System zu einem starken Anziehungspunkt für freie Wirbel atomarer Vernichtung werden würde. Neil Cloud, Experte für Kernphysik, saß nun apathisch an seinem Tisch. Sein Gesicht wies eine gelblich-graue Farbe auf, seine sehnigen Hände umklammerten kraftvoll die Lehnen des Stuhls. Seine harten, leblosen Augen starrten blicklos durch das kleine, dreidimensionale Blockbild hindurch, in dem all das festgehalten war, was sein Leben lebenswert gemacht hatte. Sein Blitzschutz war in jenem Augenblick zum Wirbelmagnet geworden, da ein ahnungsloser Wissenschaftler den Versuch gemacht hatte, einen freien Atomwirbel zu vernichten. Der sinnlose Versuch schlug natürlich fehl und der Wissenschaftler starb, wie es bei solchen Versuchen fast unweigerlich geschieht. Anstatt vernichtet zu werden, wurde der Atomwirbel in eine Anzahl neuer Wirbel zersprengt, die sich über einen großen Raum verteilten. Eines dieser Elemente aus unkontrolliert tosender Energie, die Elemente, die eine Ähnlichkeit haben mit einer Handvoll Substanzen aus den Tiefen einer Sonne, jagte durch Neil Clouds neues Haus auf die Erde zu. Das Haus brannte nicht ab, es explodierte. Kein Teil im oder am Haus hatte eine Chance, geschweige denn die Bewohner. Innerhalb weniger Sekunden war das ganze Grundstück ein Krater aus blubbernder, kochender Lava. Ein Krater, der die Atmosphäre mit giftigen Dämpfen erfüllte, der die Umgebung mit tödlichen Strahlungen verseuchte. Kosmisch gesehen war der Vorfall unbedeutend. Seitdem es der Mensch gelernt hatte, sich die Atomkraft nutzbar zu machen, waren die gefährlichen Wirbel immer wieder außer Kontrolle geraten. Solche Unfälle hatte es gegeben, es würde wieder dazu kommen. Wahrscheinlich war im Kosmos schon mehr als eine Welt bis zum letzten Atom von solchen herumrasenden Atomwirbeln vernichtet worden. Aber was macht das schon aus? Welche Bedeutung haben ein paar Sandkörner in einem Haufen, der 8000 Kilometer lang, 150 Kilometer breit und 15 Kilometer hoch ist? Selbst auf dem Sandkorn namens Erde, heute auch Sol III oder Telus von Sol oder auch nur Telus genannt, war der Vorfall bedeutungslos. Ein Mensch war gestorben, doch in seinem Tode hatte er dem dicken Stapel negativer Dokumente eine neue Seite hinzugefügt. Dass Mrs. Cloud und ihre Kinder auch noch sterben mussten, war lediglich ein bedauernswerter Unfall. Der Wirbel an sich stellte für Telus noch keine echte Gefahr dar. Da es sich um eine neue Erscheinung handelte, würde es noch lange dauern, ehe sie mehr als lokale Bedeutung gewann. Außerdem machte sich nur eine verschwindend kleine Gruppe von Erdbewohnern Sorgen über das Phänomen unkontrollierter Atomwirbel. Es war undenkbar, dass Telus, Ausgangspunkt und Zentrum der galaktischen Zivilisation, vernichtet würde. Die irdischen Wissenschaftler würden schon eine Lösung für das Problem finden, ehe die Wirbel die Masse des Planeten verzehren oder seine Atmosphäre nachhaltig schädigen konnten. Für Neil Cloud jedoch war der Unfall die denkbar schlimmste Katastrophe. Sein persönliches Universum war zusammengebrochen, die Reste waren des Anschauens nicht wert. Er und Joe waren seit über 15 Jahren verheiratet gewesen und ihre Bindung war mit jedem Tag fester geworden. Und die Kinder... So etwas war einfach nicht möglich. Das Schicksal konnte ihm so etwas doch nicht antun. Aber es war nun mal geschehen. Seine Familie war tot. 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 Für Neil Cloud, der in düsterem Gram an seinem Schreibtisch saß, während ihn peinigende Gedanken heimsuchten, für diesen Mann war die Katastrophe doppelt schlimm, weil sie ihm eine grausame Ironie offenbarte. Er war selbstvertretender Leiter des Wirbelkontrolllaboratoriums. Sein Lebenswerk bestand in der Suche nach einem Mittel oder einer Methode, freie Atomwirbel zu vernichten. Waage richtete sich sein Blick auf das Bild. Welliges, braunes Haar, klare, ehrliche, graue Augen, Falten, die Charakter, Kraft und Humor offenbarten, sanfte, geschwungene Lippen, bereit zum Lächeln oder Küssen. Gewaltsam riss er sich von dem Anblick los und kritzelte etwas auf ein Stück Papier. Dann stand er langsam auf, ergriff das Bild und schritt mit steifen Schritten durch das Zimmer zu einem Verbrennungsofen. Nachdem der Lichtbogen seine Arbeit getan hatte, machte er kehrt und reichte das Papier einem großen Mann, an dessen Handgelenk eine Lenz schimmerte. Der Mann hatte ihn mit ruhigem, verständnisvollem Blick beobachtet. Der Kundige gewinnt den richtigen Eindruck von der Bedeutung des Labors, wenn er sich die Tatsache vor Augen hält, dass es von einem Lenz-Träger geleitet wird. Wenn es Ihnen recht ist, Phil, soll das ab sofort gelten. Der Lenz-Träger nahm das Schriftstück, warf einen Blick darauf und zerriss es methodisch in 16 gleichgroße Stücke. Oh nein, Sturm, sagte er leise. Eine Kündigung kommt nicht in Frage. Einen Urlaub würde ich genehmigen, aber kein Ausscheiden. Warum nicht? Die Worte waren keine Frage. Clouds Stimme war tonlos. Ich wäre nicht mehr das Papier wert, auf dem ich schreibe. Im Augenblick vielleicht nicht, aber die Zukunft sieht anders aus. Ich habe mich bis jetzt noch nicht geäußert, weil ich sie und Joe kannte. In einem solchen Fall gibt es keine Trostworte. Er streckte dem anderen die Hand hin. Für die Zukunft jedoch habe ich Ihnen fünf Worte zu sagen, die vor langer Zeit ausgesprochen wurden und für die es bis jetzt keine besseren gibt. Auch dies geht einmal vorbei. Meinen Sie wirklich? Ich weiß es, Sturm. Ich kenne mich mit solchen Dingen aus. Sie sind ein zu guter Mann, um die Kontrolle über sich zu verlieren. Sie haben Ihren Platz in der Welt. Sie haben Ihre Aufgabe. Sie werden an Ihren Posten zurückkehren. Ein Gedanke kam dem Lenz-Träger, der in seltsam verändertem Tonfall fortfuhr. Aber Sie würden doch nicht. Das brächten Sie sicher nicht fertig. Ich glaube nicht. Nein. Ein Selbstmord. So verlockend der Gedanke auch sein mochte, war keine Antwort auf das Problem. Leben Sie wohl, Phil. Nicht leben Sie wohl, Sturm. Auf Wiedersehen. Vielleicht. Cloud verließ das Laboratorium und fuhr mit dem Lift in die Garage. Dort stieg er in seinen großen, blauen Dekotinsky-Spezial und fuhr los. Der Verkehr war so dicht, dass sich Stoßstangen und Seitenpuffer der Wagen fast berührten, doch er bewegte das Steuer mit der üblichen Geschicklichkeit. Dabei nahm er die anderen Fahrzeuge nur im Unterbewusstsein wahr. Er verlangsamte die Fahrt, wich aus, stoppte ab, gab Gas. Und das alles ganz automatisch als Folge von Reflexen. Er wusste nicht, wohin er fuhr. Es war ihm auch egal. Sein betäubter Verstand versuchte lediglich von den Phantombildern loszukommen. Ein Bestreben, das er bei klarer Überlegung als sinnlos erkannt hätte. Doch sein Denken war im Augenblick nicht in Ordnung. Er tat irgendetwas. Niedergeschlagen. Elend. Er raste auf eine Einbahn-Himmelsstraße. Auf dieser Schnellbahn überfuhr er die Vororte und erreichte schließlich den transkontinentalen Superhighway. Dort steuerte er seinen Wagen immer weiter einwärts, von Fahrbahn zu Fahrbahn und erreichte schließlich den unbeschränkten Bereich. Beschränkt allerdings insoweit, als nur Wagen mit nicht weniger als 700 Pferdestärken zugelassen waren, die in einwandfreiem Zustand seien und von registrierten und erprobten Fahrern mit nicht weniger als 200 Kilometern in der Stunde gesteuert werden mussten. Cloud gab der Kontrollstation seine Nummer durch und stemmte den rechten Fuß bis zum Boden durch. Jedes Kind weiß, dass ein gewöhnlicher Dekotinsky-Sportwagen bis zu 230 Kilometer in der Stunde schafft. Doch nur wenige Fahrer haben jemals ermittelt, wie schnell eine der hochgezüchteten Spezialversionen ist. Die meisten Menschen haben einfach nicht den Mut, einen solchen Wagen bis zum Maximum auszufahren. Sturm, Cloud, testete heute seinen Wagen bis zur Obergrenze. Er hielt das sechs Tonnen schwere Riesenfahrzeug auf der Straße, unzählige Meilen weit. Aber es half nichts. So schnell er auch fuhr, dem Phantom, das ihn begleitete, konnte er nicht entrinnen. Einem Phantom, das neben und hinter ihm hockte. Joe war bei ihm. Joe und die Kinder, doch vor allem Joe. Dieser Wagen hatte auch Joe gehört. Baby, der große blaue Ochse. So hatte sie das Fahrzeug genannt. Nun saß Joe im Sitz neben ihm. Jede schöne, angenehme Erinnerung an sie war bei ihm. Und hinter ihm, nur eben aus den Augenwinkeln nicht mehr wahrnehmbar, die drei Kinder. Und ein ganzes Leben lang sollte dies nun noch so weitergehen. Ein Abgrund der Leere, der ihm grenzenloser vorkam, als die leersten Bereiche des intergalaktischen Weltalls. Verdammt! Lange hielt er das nicht durch. Ein Stück vor ihm flammte hoch über der Straße ein rotes Achteck auf. Eine klare Aufforderung zum Halten. Cloud nahm den Gashebel zurück und tippte auf das Bremspedal. Er nahm seine Position ein im fast dahin kriechenden Verkehr. Ganz vorn eine Barriere und ein adrett gekleideter Polizist. Tut mir leid, Sir. Sagte der Beamte mit einer Handbewegung. Sie müssen über die 20 ausweichen. Weiter voraus treibt sich ein freier Atomwirbel in der Nähe der Straße herum. Oh, Sie sind das, Dr. Cloud. Sie können natürlich passieren. Es sind noch ein paar Kilometer, ehe Sie einen Schutzpanzer brauchen. Man hat uns nicht gesagt, dass Sie gerufen worden sind. Es handelt sich lediglich um einen neuen kleinen Wirbel und soweit wir wissen, will man das Ding mit Pressoren im Ödland abdrängen. Man hat mich nicht verständigt. Cloud versuchte zu lächeln. Ich bin nur zufällig in der Gegend. Da ich meinen Schutzpanzer nicht dabei habe, kehre ich am besten gleich um. Er wendete seinen Spezial. Ein freier Wirbel. Eine neue Erscheinung? Davon mochte es drei oder vier geben in verschiedenen Gebieten. Schwestern des Wirbels, der seine Familie getötet hatte. Abkömmling des verdammten Elften Wirbels, den der arglose Stümper hatte vernichten wollen. Vor seinem inneren Auge erschien ein scharfes Bild von Nummer 11, wer ihn zuletzt gesehen hatte. Im gleichen Augenblick kam ihm ein Gedanke, der ihn wie von einem Faustschlag getroffen zusammenfahren ließ. Seine Gedanken überschlugen sich. Sein Denkapparat war wieder in Gang gekommen. Er dachte intensiv und mit aller Deutlichkeit nach. Wenn er es schaffte, wenn er wirklich die atomare Flamme eines Atomwirbels ausblasen konnte, dann war das nicht gerade eine Rache, doch es konnte klappen. Es musste klappen. Er wollte dafür sorgen, dass es klappte. Mit verkniffenem Gesicht, stumm, doch von neuem Leben erfüllt, kehrte er fast so schnell in die Stadt zurück, wie er sie verlassen hatte. Wenn Phil Strong überrascht war von Clouds plötzlicher Rückkehr in das Laboratorium, ließ er sich nichts anmerken. Er verzichtete überhaupt auf jeden Kommentar, während sein ehemaliger Assistent von Schrank zu Schrank ging und Spulen, Röhren, Panzerteile und andere Gerätschaften zusammensuchte. Ich glaube, mehr brauche ich nicht, Boss, bemerkte Cloud schließlich. Hier, haben Sie einen Blankoscheck. Wenn ein Teil dieser Sachen nicht mehr in einwandfreiem Zustand sein sollte, sobald ich damit fertig bin, können Sie die Kosten hier einsetzen, QX? Nein. Der Lenz-Träger zerriss den Scheck, wie zuvor schon die Kündigung. Wenn Sie das Zeug für etwas Legitimes brauchen, arbeiten Sie für die Patrouille und auf Risiko der Patrouille. Sollten Sie aber die Absicht haben, einen Wirbel auszulöschen, dann bleiben die Sachen hier. So etwas kommt nicht in Frage, Sturm. Aber ich habe wirklich die Absicht, Wirbel auszublasen. Angefangen mit Nummer 1. Selbstmord kommt nicht in Frage. Wie bitte? Skeptisch runzelte der Lenz-Träger die Stirn. So etwas geht doch gar nicht, außer mit einem fast unmöglichen Zufall. Und hier liegt doch der Grund, warum Sie bisher ebenso wie wir strikt dagegen gewesen sind. Die Stärke der Explosion muss mit nur geringer Abweichung der Aktivität des Wirbels im Augenblick der Sprengung entsprechen. Und diese Aktivität schwankt so sehr und lässt sich so wenig voraussagen, dass bisher alle Versuche einer genauen Extrapolation fehlgeschlagen sind. Nicht einmal die Konferenz der Wissenschaftler konnte eine praktikable Formel entwickeln, ebenso wenig wie einen Traktorstrahl, der sich dazu verwenden ließe, einen Wirbel von seinem Standort zu ziehen. Moment mal! Wandte Cloud ein. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich die Schwankungen vorhersagen lassen, auf eine Zeit, deren Spanne proportional zur Länge des fraglichen Zyklus ist, durch eine Erweiterung des Wahrscheinlichkeitskoeffizienten für gekrümmte Oberflächen. Hm, ich habe von einer praktikablen Formel gesprochen. Der Lenz-Träger schnaubte durch die Nase. Was nützt uns eine 10 Sekunden-Vorhersage, wenn ein Gourmiak doppelt so lange braucht, um die Berechnungen... Unterbrach er sich und riss die Augen auf. Ich habe ja ganz vergessen, dass Sie mit einem Super-Gourmiak im Kopf geboren wurden. Trotzdem, es gibt noch andere Gegenargumente. Die hat es einmal gegeben. Sie sind aus der Welt. Wirklich? Wirklich. Bisher konnte ich solche Risiken nicht eingehen. Jetzt bin ich meiner Sache ganz sicher. Ich kann alle Elemente einer Sigma-Kurve in Nullkammer nichts berechnen. Eine 10-Sekunden-Vorhersage gibt mir 10 Sekunden Zeit zum Handeln. Das reicht völlig aus. Ich verstehe. Strong überlegte und trommelte leise mit den Fingern auf der Tischplatte. Lenz-Träger setzten ihre Instrumente normalerweise nicht bei lenslosen Freunden ein. Doch hier lag ein besonderer Anlass vor. Ich sehe, Sie haben keine Todesfurcht mehr. Aber Sie werden es doch nicht bewusst auf Selbstmord anlegen. Und haben Sie etwas dagegen, wenn ich das mit der Lenz überprüfe? Bitte sehr. Ich werde mich nicht bewusst in Todesgefahr begeben. Aber mehr kann ich nicht versprechen. Ich werde keine übermenschliche Anstrengung machen, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Ich ergreife alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Doch wenn ich von einem der Wirbel erwischt werde, was soll's? Q-X Der Lenz-Träger zog sich aus Clouds Geist zurück. Nicht gerade ideal, aber es reicht. Was haben Sie für einen Plan? Sie haben keine Zeit für den üblichen Angriff. Etwa so. Cloud ergriff ein Blatt Zeichenpapier und warf Linien darauf. Der Krater mit dem Wirbel ganz unten. Hier. Aus der Sigma-Kurve lese ich die wahrscheinlichste Stärke der Aktivität ab, gegen die ich vorgehen muss. Dann wähle ich drei Duodeckbomben aus den etwa 100, die ich vorher habe machen lassen. Eine mit dem genauen Wert und je eine 5% unter und über diesem Wert. Die Bombenhüllen werden aus einer Neokarb-Legierung bestehen, die dick genug ist. Dann starte ich in einem gepanzerten Fluganzug. Etwa hier. Wenn Sie starten, dann nur mitsamt Ihrem Anzug im Inneren einer Flugmaschine. Warf der Lenz-Träger ein. Sie brauchen zu viele Instrumente für einen Anzug, ganz zu schweigen von den Bomben. Außerdem müssen Sie einen dichteren Schutzschirm auswerfen, als ihn ein Anzug schafft. Es macht keine Mühe, einen Flieger auf Bombenwurf umzustellen. Das ist natürlich noch besser. Quicks! Ich bringe also meinen Flieger auf Projektilflugbahn zum Zentrum der Erscheinung. Zwölf Sekunden vorher. Etwa hier. Lese ich die Werte ab. Löse die Gleichungen dieser speziellen gekrümmten Oberfläche, bezogen auf eine feststehende Nullzeit. Aber wenn der Zyklus Ihnen keine 10-Sekunden-Lösung bringt. Dann mache ich Kehrt und versuche es noch einmal, bis sich ein ausreichend langer Zyklus ergibt. Quicks! Irgendwann wird es ja dazu kommen. Klar! Also, nachdem wir alles auf die Nullzeit gesetzt haben und in der Annahme, dass die Stärke der Wirbeltätigkeit in der Nähe meiner berechneten Werte liegt, nehmen Sie doch einmal an, dass es nicht so ist. Die Wahrscheinlichkeit ist größer. Ich beschleunige oder bremse ab. Wobei Sie andauernd neue Gleichungen lösen. Differenzialgleichungen. Gewiss, unterbrechen Sie mich nicht immer. Ich halte mich zurück, bis die Sigma-Kurve auf die Nullzeit extrapoliert, einer meiner Bomben entspricht. Dann bringe ich den Flieger auf die richtige Geschwindigkeit, gebe die Bombe frei, schieße in einer engen Kurve davon und... Wrumms! Das Ding ist aus. Er machte eine wegwischende Handbewegung. Hoffen Sie wenigstens. Strong verhehlte seine Zweifel nicht. Und Sie stecken mitten in der unangenehmsten Explosion, die Sie je gesehen haben. Oh nein, ich bin längst in den freien Zustand gegangen, sodass mir nichts mehr schaden kann. Das will ich auch hoffen. Aber ist Ihnen klar, wie beschäftigt Sie in jenen zehn oder zwölf Sekunden sein werden? Ja, ha. Cloud wurde ernst. Doch ich habe alles unter Kontrolle. Der mögliche negative Ausgang der Aktion wird mir keine Angst machen. Mir ist alles egal. Und das macht für mich den entscheidenden Unterschied aus. QX Beschloss der Lenz-Träger. Sie können es versuchen. Sollten noch Probleme auftauchen, bügeln wir die noch vor Ihrem Start aus. Wer? Ich werde mich im Beobachtungsstand aufhalten. Zumindest bei den ersten Wirbeln. Wann wollen Sie loslegen? Wie lange dauert es, den Flieger umzubauen? Äh, zwei Tage. Ist es Ihnen recht, wenn wir uns Samstag früh hier wieder treffen? Ich bin zur Stelle. Wieder reiten sich Neil Cloud und Baby, der große blaue Ochse, in den Straßenverkehr ein. Und während er das schwere Fahrzeug steuerte, ging der Physiker im Geiste noch einmal die Aufgabe durch, die er sich gestellt hatte. Wie das Feuer war die Atomenergie ein guter Diener, doch ein schlechter Herr. Der Mensch hatte diese Energie entfesselt, ehe er sie wirklich zu beherrschen verstand. Genau genommen war die Kontrolle heute noch längst nicht vollkommen und würde es wohl auch niemals sein. Gewiss, bis auf den winzigen Bruchteil eines Prozents waren die kleinen, zahmen Atomwirbel vollkommene Diener. Doch in langen Abständen und aus unbekanntem Grund, die Wissenschaft wusste eigentlich noch sehr wenig über die nuklearen Reaktionen, flammten solche Wirbel wie No Way zu gewaltigen, wilden, unkontrollierbaren Monstren auf. Die Erscheinung hörte auf, ein Diener zu sein. Sie schwang sich zum Herren auf. Solche Ausbrüche kamen zwar nur sehr selten vor, das Problem war jedoch, dass diese freien Wirbel so äußerst beständig waren. Sie verlöschten niemals und Informationen über sie waren nicht zu bekommen. Jedes Lebewesen in der Nähe eines aufflammenden Wirbels starb. Jedes Instrument und jeder andere feste Gegenstand in einem Umkreis von vielen hundert Metern zerschmolz in dem stinkenden, brodelnden Kraterkessel. Zum Glück war die Zuwachsgeschwindigkeit gering. Fast so gering, wie sie beharrlich war. Trotzdem konnte die Situation extrem gefährlich werden, wenn es den Menschen nicht gelang, innerhalb einer gewissen Zahl von Jahren gegen die freien Wirbel vorzugehen. Hier lag der Grund, warum das Wirbellaboratorium gegründet worden war. Doch bis heute hielten sich die Fortschritte in Grenzen. Traktorstrahlen ließen sich nicht verankern. Gegenständliche Mittel nützten nichts. Druckstrahlen hatten allerdings eine gewisse Wirkung. Atomwirbel ließen sich tatsächlich von einem Ort zum anderen verschieben. Ein oder zwei dieser Erscheinungen waren, ein reiner Glücksfall, durch schwere Ladungen Duodecker Plilatomat ausgeblasen worden. Zugleich hatte das Duodeck viele Menschenleben gefordert und da es einen Wirbel oft auch nur teilte, anstatt ihn auszulöschen, hatte der Sprengstoff in Wirklichkeit mehr Schaden angerichtet als verhindert. Unzählige Pläne waren geschmiedet worden, mehr oder weniger fantastisch. Einige hatten sich sogar praktikabel angehört. Mit manchen Plänen hatte man es versucht oder probierte es noch immer. Einige, so der immer wieder auftauchende Vorschlag, einen trägheitsfreien Antrieb zu installieren und die ganze Umgebung ins All hinaus zu schleudern, mochte vom technischen Standpunkt aus durchaus vertretbar sein. Doch sie bargen die Gefahr, die Lage nur noch schlimmer zu machen, sodass man sie höchstens im äußersten Notfall und als letzte Konsequenz einsetzen durfte. Kurzum, die Kontrolle der freien Atomwirbel war noch weitgehend ungelöst. wird noch nicht verletzt. Die Kontrolle der freien Atomwirbel Die Kontrolle der freien Atomwirbel